Herzlich willkommen auf dem Kanal des Center for Study and Teaching der Technischen Universität München. In der folgenden Einführung stellen wir erstens die neue TUM Online-Applikation Lehrveranstaltungen vor und wie Sie sie bedienen können. Wir zeigen Ihnen zweitens die Detailansicht einer Lehrveranstaltung und erklären drittens den grundlegenden Aufbau der neuen Anmeldeverfahren. Abschließend gehen wir viertens auf die nun integrierten Funktionen für angemeldete und vorgemerkte Lehrveranstaltungen ein. Eine kurze Vorstellung von Login und Desktop erhalten Sie in eigenen Videos auf diesem Kanal. Unter campus.tum.de gelangen Sie zur TUM Online-Startseite. Dort finden Sie auf der rechten Seite das Anmeldefenster. Tragen Sie hier Ihre TUM Kennung oder Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort ein, um über den Button Anmelden in Ihren persönlichen Bereich zu gelangen. Bevor Sie in Ihren persönlichen Bereich kommen, sehen Sie auf dieser Seite aktuelle Informationen zu Ihrem Account oder aktuelle Hinweise zu Ihrem Studium. Durch einen Klick auf Weiter gelangen Sie zu Ihrer persönlichen Übersichtsseite. Hier finden Sie im Bereich Alle Applikationen in der Kategorie Studium und Lehre die Applikation Lehrveranstaltungen, die Sie mit einem Klick auf die entsprechende Kachel öffnen können. Auf dem Desktop rufen Sie die Applikation Lehrveranstaltungen auf. In der Applikation werden alle veröffentlichten Lehrveranstaltungen der TUM im gewählten Semester angezeigt. Zudem ist in den beiden weiteren Tabs Meine Lehrveranstaltungen bzw. Meine vorgemerkten Lehrveranstaltungen ein kompakter Überblick über Ihre Anmeldungen zu und Bookmarks von Lehrveranstaltungen integriert. Um die für Sie relevanten Lehrveranstaltungen schnell zu finden, können Sie mehrere Filter anwenden. Links oben unter Semester wählen Sie das Semester aus, in dem Sie Lehrveranstaltungen belegen möchten. Unmittelbar daneben können Sie unter Studienplan Ihren Studiengang auswählen, sodass Ihnen nur noch die Lehrveranstaltungen angezeigt werden, die Ihrem Studiengang zugeordnet sind. Unter Organisation können Sie bei Bedarf eine Organisation auswählen, wenn Sie zum Beispiel nur die Lehrveranstaltungen anzeigen lassen möchten, die eine bestimmte Fakultät anbietet. Dies kann sinnvoll sein, wenn der Studiengang nicht vollständig modelliert ist und daher noch nicht alle relevanten Lehrveranstaltungen dem Studienplan zugeordnet sind. Bei Auswahl eines Studienplans ist es in der Regel sinnvoll, die voreingestellte Auswahl Technische Universität München zu belassen. Eine zusätzliche Einschränkung auf eine Fakultät könnte zum Beispiel hilfreich sein, wenn sich das Lehrangebot in Ihrem Studiengang aus zwei verschiedenen Fakultäten zusammensetzt. Darüber hinaus haben Sie mit dem Schnellfilter die Möglichkeit, die Liste der Lehrveranstaltungen nach bestimmten Kriterien zu filtern, zum Beispiel einem Stichwort im Titel oder einem Lehrenden. Weitere Filter finden Sie unter dem entsprechenden Button. Hier können Sie unter anderem nach Unterrichtssprache oder Art der Lehrveranstaltung filtern oder dem Ort, dem Zeitraum und dem Wochentag, an dem diese stattfindet. Standardmäßig werden die Lehrveranstaltungen in aufsteigender alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Sie können mit dem entsprechenden Button aber auch eine andere Art der Sortierung wählen, nach Titel, Nummer oder Art der Lehrveranstaltung, jeweils auf- oder absteigend. Wenn Sie sich aus dieser Liste für eine Lehrveranstaltung anmelden möchten, klicken Sie in der Zeile der entsprechenden Lehrveranstaltung auf LV-Anmeldung. Sie gelangen damit zum Anmeldeverfahren, das wir uns im übernächsten Schritt noch ansehen werden. Wenn Sie zunächst mehr über eine Lehrveranstaltung erfahren möchten, kommen Sie durch einen Klick auf den Titel oder die Pfeiltaste am Ende des Eintrags zur Detailansicht. Hier sehen Sie unter Überblick die wichtigsten Fakten zusammengefasst, etwa die Lehrenden und welche Organisation die Lehrveranstaltung betreut, um welche Art von Lehrveranstaltung es sich handelt oder wie viele Semesterwochenstunden sie umfasst. Unter Beschreibung sind die Inhalte, Anforderungen, Ziele sowie Zusatzinformationen genannt, etwa hinsichtlich der empfohlenen Literatur. Unter Termine und Gruppen finden Sie die Termine der Lehrveranstaltung, gegebenenfalls nach Gruppen gegliedert, sowie den Gesamtzeitraum, in dem sie abgehalten wird. Mit den Tasten im Kopf des Abschnitts können Sie zwischen der zusammengefassten Terminansicht und einer detaillierten Liste mit Einzelterminen umschalten. Unter Stellung im Studienplan sehen Sie Module und Studiengänge, denen die Lehrveranstaltung zugeordnet ist und entsprechend die Stellung im jeweiligen Studienplan. Durch einen Klick auf die Studienplan-Versionsnummer werden Sie zu dem Studienplan weitergeleitet, sodass Sie sich diesen im Detail ansehen können. Unter Gleiche Lehrveranstaltungen schließlich sehen Sie, ob diese oder eine äquivalente Lehrveranstaltung im selben Semester ein weiteres Mal angeboten wird, beziehungsweise in welchen Semestern sie bisher stattgefunden hat. Wollen Sie sich nun für die gewählte Veranstaltung anmelden, klicken Sie im linken Seitenbereich auf LV-Anmeldung. Sie werden dann auch von hier zum Anmeldeverfahren weitergeleitet. Die wichtigste Information vorab. Mit dem neuen Anmeldeverfahren verlaufen Anmeldung, Verteilung und Platzvergabe asynchron, sodass der Anmeldezeitpunkt keine Rolle mehr spielt. Bei der Verteilung kommt zunächst das Regelwerk des Verfahrens zu tragen. Ist in einem Verfahren eine Auswahl aus mehreren Gruppen möglich, können Sie außerdem Ihre Belegwünsche priorisieren. Diese Präferenzen werden nach dem Regelwerk des Verfahrens ausgewertet. Die Anmeldung erfolgt nicht mehr direkt zu einzelnen Lehrveranstaltungsgruppen, sondern zu einem Verfahren. Somit können mehrere Gruppen in einem Verfahren gekapselt werden, um Fixplätze in verschiedenen Lehrveranstaltungen in Abhängigkeit zueinander zu vergeben, damit möglichst alle Interessierten wenigstens einen Platz bekommen und nicht einem Studierenden mehrere Plätze angeboten werden und anderen keiner. Oben auf der Anmeldeseite sehen Sie nochmals die wichtigsten Informationen zusammengefasst, etwa den Anmeldezeitraum, die Reihungskriterien im Verfahren, die Instruktionen zu den Belegwünschen und gegebenenfalls Details zur Platzvergabe. Wenn Sie in mehreren Studiengängen immatrikuliert sind, können Sie oberhalb den Studiengang auswählen, mit dem Sie sich in diesem Verfahren anmelden möchten. Wurde im Verfahren definiert, dass jeder Studierende in jeder zugeordneten Gruppe einen Platz erhalten muss, ist keine weitere Auswahl zu treffen und Sie können unten rechts mit einem Klick Ihren Belegwunsch erfassen. Wurde im Verfahren definiert, dass jeder Studierende aus den zugeordneten Gruppen auswählen kann, wählen Sie die gewünschte oder die gewünschten Gruppen aus. So dann können Sie Ihre Präferenz je Gruppe bearbeiten und abschließend Ihren Belegwunsch erfassen. Ihr Belegwunsch ist nun gespeichert. Innerhalb des Anmeldezeitraums können Sie Ihre Belegwünsche sowie Ihre Präferenzen bearbeiten. Wie geht es dann weiter? Wenn es weder im Anmeldeverfahren noch bei den zugeordneten Lehrveranstaltungsgruppen eine Teilnehmerbeschränkung gibt, kann vom Betreuer des Verfahrens eine kontinuierliche Fixplatzvergabe aktiviert werden. Hierdurch werden neue Anmeldungen von einem Hintergrundprozess ca. alle 5 Minuten abgearbeitet und die maximale Anzahl an möglichen Fixplätzen im Verfahren zugeteilt. Bei Lehrveranstaltungen ohne Teilnehmerbeschränkung werden Sie in der Regel zwar zeitversetzt, aber nur wenig später einen Fixplatz erhalten. Wenn es jedoch eine Teilnehmerbeschränkung gibt, erfolgt die Verteilung in der Regel erst nach dem Anmeldezeitraum. Hierbei werden die Anmeldungen auf die verfügbaren Plätze nach den Reihungskriterien des Verfahrens und den Präferenzen der Studierenden verteilt. Bei Bedarf können die Betreuer des Anmeldeverfahrens die Anmeldungen auch nachbearbeiten, zum Beispiel um die Gruppen möglichst klein zu halten oder die Interessenten möglichst gleichmäßig zu verteilen oder Interessenten an Gruppen, die nicht zustande kommen, auf andere Gruppen umzumelden. Anschließend kann den verteilten Anmeldungen ein Fixplatz zugeteilt werden. Bei Lehrveranstaltungen mit Teilnehmerbeschränkung werden Sie in der Regel daher erst nach dem Anmeldezeitraum einen Fixplatz erhalten. Über für Sie relevante Änderungen Ihrer Anmeldungen werden Sie automatisiert per E-Mail verständigt, etwa bei Fixplatz Erhalt oder bei Ummeldung auf eine andere Gruppe. Allerdings werden Sie sich nicht für alle Lehrveranstaltungen über die TUM Online-Applikation anmelden können. Für manche Lehrveranstaltungen erfolgt die Anmeldung in eigenen Systemen der Fakultät, wie zum Beispiel beim Matching. Entsprechende Hinweise erhalten Sie in diesen Fällen von Ihrer Fakultät und in TUM Online in der Detailansicht einer Lehrveranstaltung bzw. wenn der Button Anmeldedetails ansehen anstelle des Buttons LV-Anmeldung angezeigt wird. Um sich über weitere Lehrveranstaltungen zu informieren oder sich für Sie anzumelden, kehren Sie zur Liste der Lehrveranstaltungen zurück. Sobald Sie sich Vereine oder mehrere Lehrveranstaltungen angemeldet haben, erscheinen diese in Ihrer persönlichen Übersicht unter dem Reiter Meine Lehrveranstaltungen. Diese können Sie ebenfalls nach Semesterfiltern und nach Titel, Nummer oder Art sortiert anzeigen lassen. Unter dem Reiter Meine vorgemerkten Lehrveranstaltungen finden Sie die Lehrveranstaltungen, die Sie sich mit dem Sternchen neben dem Titel vorgemerkt haben. Die Benachrichtigungseinstellungen können Sie nun über das Zahnrad-Icon in der Liste der vorgemerkten Lehrveranstaltungen vornehmen. Übrigens, in den Einstellungen der Terminkalender-Applikation können Sie zum einen auswählen, ob Sie nur die Termine anzeigen lassen wollen, wenn Sie einen Fixplatz bei der LV haben oder ob Sie die Termine zu allen Anmeldungen angezeigt bekommen möchten. Zum anderen können Sie wählen, ob Sie außerdem die Termine zu vorgemerkten Lehrveranstaltungsgruppen anzeigen lassen möchten oder nicht. Weitere Informationen zu TUM Online finden Sie im TUM-Wiki-System unter wiki.tum.de oder auf dem YouTube-Kanal der TUM Student Info. Bei technischen Problemen steht Ihnen der IT-Support der TUM gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter it-support-at-tum.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr TUM Center for Study and Teaching.